Du hast wichtige Daten auf deinem Open Media Vault NAS, die du auf keinen Fall verlieren möchtest? Dann würde ich dir ein verschlüsseltes und inkrementelles Offsite Backup deines NAS empfehlen. Durch ein Backup außerhalb deiner Räumlichkeiten schützt du dich nicht nur vor Datenverlust durch Hardware-Deffekt, sondern auch vor größeren Bedrohungen wie Feuer, Hochwasser oder gar Diebstahl. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein solches Offsite Backup sehr einfach mithilfe des Open Source Tools Duplicati und einem sehr günstigen Online-Speicher der Hetzner's Deutschbox realisieren kannst. Wie genau das Ganze Schritt für Schritt funktioniert und wie auch ein Restore im Fall der Fälle funktionieren würde, das siehst du alles in diesem Video. Hallo, mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du möchtest Proxmox in deinem Unternehmen einsetzen, um virtuelle Maschinen und Container möglichst effizient zu managen und benötigst Unterstützung bei der Konfiguration oder Betreuung deines Servers? Dann melde dich gern bei uns. Wir von der Firma Apfelcast betreuen seit 2015 zahlreiche Kunden im Bereich Proxmox, Open Source Software und viele mehr. Wenn du Interesse schreibst, schreib uns einfach eine Nachricht an service-at-apfelcast.com Nun, was brauchst du für dieses Video, um hier der Anleitung folgen zu können? Natürlich ein Open Media Vault-NAS. Ich nutze hier Open Media Vault in der Version 5. Theoretisch würde das aber auch mit Open Media Vault in Version 4 funktionieren. Ansonsten, wenn du dem Video natürlich hier exakt folgen willst, solltest du auch noch eine Hetzner Storage Box haben. Das Ganze funktioniert theoretisch aber auch mit anderen Online-Speichern, die sich zum Beispiel über Protokolle wie SFTP oder Ähnliches hier anbinden lassen. Nun, wie gehen wir vor? Zunächst installieren wir das Backup-Tool Duplicati ganz einfach via Docker. Bei Duplicati handelt es sich um ein Linux, ein Open Source Backup-Tool inklusive grafischer User-Oberfläche, was das Ganze wirklich sehr einfach in der Bedienung und Handhabung macht. Auch ein automatischer Restore ist hier über die grafische User-Oberfläche direkt in das Programm integriert. Also so ziemlich alles, was man für diesen Anwendungsfall braucht. Duplicati geht dann her, greift auf eure Open Media Vault-Freigaben zu, verschlüsselt diese und lädt diese dann zur Hetzner Storage Box hoch. Verschlüsselung ist immer dann sehr wichtig, wie ich finde, wenn die Daten mal euren kontrollierten Raum, also euer internes Netzwerk hier in diesem Fall verlassen. Klar, natürlich sichert auch Hetzner hier eure Storage Boxes ab und gewährleistet euch auch, dass hier kein dritter Zugriff auf die Daten hat. Aber man weiß ja nie. Könnte ja auch theoretisch passieren, dass hier Hetzner irgendeine Art von Daten-Lag hat. Somit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn eure Daten verschlüsselt sind, bringt das, was dann da oben liegt, ohne dass man den Entschlüsselungskies sozusagen dafür hat, bringt einem die Daten einem dritten rein gar nichts. Da seid ihr also wirklich auf der sicheren Seite. Kommen wir nun zur Hetzner Storage Box. Wer diese Storage-Lösung noch nicht kennt, im Grunde genommen ist das, könnt ihr euch so vorstellen, wie eine externe Festplatte quasi, nur eben im Internet, hier im Rechenzentrum von Hetzner. Da könnt ihr auch mehrere Standorte wählen. Das Ganze ist relativ günstig. Ihr bekommt hier einen Terabyte für um die vier Euro im Monat und habt dafür aber auch relativ viele Schnittstellen hier geboten. SFTP, SMB und noch zahlreiche mehr. Ihr könnt euch das gerne mal auf der Website anschauen. Man muss natürlich dazu sagen, das ist nicht unbedingt der schnellste Speicher. Das ist jetzt kein purer NVMe und gecached High-End-Speicher, sondern das ist ein relativ langsamer Speicher, was allerdings für unsere Zwecke eines Offsite-Backups hier ja vollkommen ausreicht und dafür wirklich, wie ich finde, eine gute Preis-Leistung bietet. Wichtig, was ich ja auch noch sagen möchte, ein Offsite-Backup ist nur eine Ergänzung eines Onsite-Backups. Bedeutet, wenn der Fall der Fälle eintritt und ihr hier Daten im großen Stil, also zum Beispiel das gesamte NAS, wiederherstellen müsst, müsst ihr diese alle erst mal aus dem Internet runterladen. Das kann je nach Internetanbindung und je nach Datenmenge ganz schön dauern. Das heißt, für die Ad-Hoc-Lösung, um schnell wieder an Daten reinzukommen, würde ich euch immer ein lokales Backup zusätzlich empfehlen. Könnt ihr genauso mit Duplicati machen, werdet ihr gleich sehen. Könnt ihr einfach einen zweiten Backup-Job machen auf zum Beispiel ein zweites lokales NAS oder eine externe Festplatte oder ähnliches. Aber wichtig, das Offsite-Backup ist im Grunde genommen eure Notlösung. Man ist Gottfroh, wenn man es immer braucht, dass man sie hat, aber das sollte nicht eure Go-To-Backup-Variante sein. Wenn dir das Video bis hierhin weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier auf meinem Open Media Vault Server angekommen und hier seht ihr auch schon einige von meinen freigegebenen Ordnern, die wir jetzt hier unter anderem auch sichern möchten. Nun, Duplicati, also das Tool, was wir jetzt hier für die Sicherung nutzen werden, das lässt sich leider nicht über Erweiterungen direkt in Open Media Vault installieren. Das ging mal in älteren Versionen, aber in der aktuellen Version, also Open Media Vault 5, geht das leider nicht. Nun, wir installieren uns also Duplicati, das Tool hier, ganz einfach als Docker-Container, auch auf dem gleichen Server natürlich, also direkt hier auf unserem Open Media Vault Server, ist die einfachste Variante und wie ihr gleich sehen werdet, wirklich in wenigen Minuten erledigt. Was wir dafür natürlich machen müssen, ist uns einmal via SSH auf dem Open Media Vault Server anzumelden. Hier angekommen, installieren wir uns als erstes mal Docker und Docker-Compose, das sind die zwei Tools, die wir hier gleich brauchen werden. Also einfach apt install docker.io und docker-compose. Ihr findet natürlich wie immer alle Befehle in der Videobeschreibung verlinkt. Ist das erledigt, erstellen wir uns hier in dem Root-Verzeichnis einmal einen neuen Ordner und nennen diesen hier Duplicati. Dann gehen wir direkt in den Ordner noch einmal rein und hier erstellen wir uns nun eine neue Datei und nennen diese Docker-Compose mit der Dateiendung .yml. Hier könnt ihr jetzt direkt eine Vorlage, die ich auch eben für euch verlinkt habe in der Videobeschreibung, hier einfügen und hier müsst ihr gar nicht mal so viel mehr anpassen. Das ist nämlich hier die Docker-Compose-Datei für Duplicati. Was ihr allerdings noch anpassen müsst, das ist ganz wichtig, ist hier bei den Volumes noch der Pfad, in dem sich dann eure freigegebenen Ordner befinden. Das ist immer individuell, je Open-Media-Wort-Instanz und ich zeige euch auch, wo man das im Browser einsehen kann. Und zwar geht ihr dazu auf Dateispeicher, freigegebenen Ordner und dann seht ihr hier den absoluten Pfad, die Freigabe. Wenn ihr nur eine Freigabe sichern wollt, könnt ihr den absoluten Pfad nehmen und ansonsten lasst ihr einfach immer die Endung hier entsprechend weg. Also ihr seht ja hier bei Bilderdokumente, das endet immer gleich auf dieser UUID. Ich kopiere mir jetzt hier also einmal die Bilder und füge dann hier den eben kopierten Pfad einmal ein. Das Ganze sieht so aus. Und wenn ich jetzt eben die Möglichkeit möchte, nicht nur den Bilderordner zu sichern, sondern alles, was ich jetzt auf diesem Laufwerk liegen habe, kann ich das ganz einfach hier entfernen. Das Ganze wird dann so aussehen. Wenn ihr jetzt hier mehrere Volumes habt, auf denen unterschiedliche Freigaben liegen, könnt ihr hier einfach eine zweite Zeile hinzufügen und dann hier die nächste Disk bei UUID wieder rauskopieren aus eurer Open-Media-Wort-Konfiguration und habt das Ganze dann auch drin. Natürlich müsst ihr hier einen anderen Source-Ordner angeben auf der rechten Seite, zum Beispiel Source 2 oder so, könnt ihr das dann weiter benennen. Gut, den Rest, den können wir hier eigentlich bei den Standardeinstellungen belassen. Überprüft gegebenenfalls noch eure Zeitzone, falls es nicht Europe Berlin sein soll. Gut, dann können wir das Ganze auch schon einmal hier speichern mit Ctrl-O, Ctrl-X den Editor hier verlassen und dann können wir das Ganze auch schon einmal starten mit docker-compose-up-d. Jetzt werden hier die ganzen Daten für Duplikate hier einmal vom Docker Hub gezogen und das Ganze dann auch, sobald es fertig ist, ausführbar gemacht. Geduldet euch da einfach ein paar Minuten, dann ist das Ganze auch ready. Übrigens, solltet ihr hier diese Fehlermeldung auch erhalten, fehlt euch nur eine Systemerweiterung, die könnt ihr ganz einfach mit folgendem Befehl einmal nachinstallieren. Danach einfach nochmal docker-compose-up-d und dann solltet es auch weitergehen. Wie ihr seht, steht es auch schon dann hier bei Starting Duplikate und wir können im Browser weitermachen. Im Browser gebt ihr jetzt hier bei euch HTTP, dann die IP-Adresse von eurem Open Media World Server und dann den Port 8200 ein. Das Ganze ist jetzt hier eine HTTP, also unverschlüsselte Verbindung. Geht für mich persönlich direkt hier im Heimnetz, also wenn sich Client und Server hier im gleichen Netz befinden. Klar, wenn ihr jetzt allerdings sagt, ihr möchtet auch für den internen Zugriff hier ein SSL-Zertifikat haben, kein Problem, ich habe auch schon ein Video gemacht, wie ihr intern eigene SSL-Zertifikate ausstellen könnt. Ansonsten für einen externen Zugriff, was ich nicht direkt empfehle, aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich über ein Bewerse-Proxy wie den Nginx-Proxy-Manager erreichbar machen. Video dazu findet ihr auch online. Wie gesagt, ich würde aber hier eigentlich auf diesen Dienst aus Sicherheitsgründen nur lokal zugreifen. Also, gehen wir mal Enter ein und dann sehen wir auch schon, wir kommen hier bei Duplikate raus. Die Installation hat also funktioniert. Jetzt werden wir hier sozusagen von einem First-Run-Wizard gefragt, ob wir ein Passwort vergeben möchten für die Admin-Oberfläche hier von Duplikate. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also gehen wir hier auf Yes. Dann müsst ihr euch einfach ein Passwort generieren oder euch ein sicheres überlegen. Setzt hier einen Haken bei Passwort und vergebt dieses Passwort hier zweimal. Den Rest könnt ihr einfach mal so belassen und dann hier unten auf OK klicken. Jetzt bekommt ihr die Meldung, dass ihr natürlich nicht eingeloggt seid, also nicht authentifiziert. So sieht dann nämlich ab jetzt auch die Seite aus, wenn ihr eben IP-Adresse und Port eingebt. Ihr authentifiziert euch hier mit eurem Passwort und seid nun auf Duplikate angekommen. So sieht das Ganze aus. Nun wollen wir eine Sicherung hinzufügen, also einen Backup-Job erstellen. Klicken wir hier drauf. Wir sagen hier natürlich, dass wir das als neue Sicherung konfigurieren möchten und vergeben einen Namen. Ich sage jetzt hier, da ich nur bei mir die Freigabe Bilder sichern möchte, in dem Fall hier Bilder Backup. Ihr könnt das nennen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch noch eine Beschreibung vergeben. Und ganz wichtig, immer dann, wenn natürlich auch hier die Daten euren kontrollierten Datenrahmen verlassen, also in dem Fall jetzt hier zu einer Storage-Box gehen, würde ich euch empfehlen, dieses Backup zu verschlüsseln. Hier ist eben die AES-256-Verschlüsselung integriert. Ihr könnt auch eine andere wählen, wenn ihr eine andere bevorzugt. Und müsst jetzt hier eben nochmal einen speziellen Passphrase, also ein Passwort, hier für die Verschlüsselung vergeben. Und das bitte gut merken. Das braucht ihr beim Restore, sonst kommt ihr nicht mehr an die Daten ran. Ihr könnt natürlich euch auch hier eins erzeugen lassen. Gut, klicken wir auf Weiter. Jetzt geht es um das Sicherungsziel. Also, wo sollen die Backup-Daten landen? Bei uns hier auf der Storage-Box. Also sagen wir hier in dem Fall SFTP SSH. Da können wir dann nämlich auch schon mit einem verschlüsselten Protokoll, also in dem Fall hier SFTP, die Daten auf die Storage-Box laden. Wichtig, dafür müsst ihr bei eurer Storage-Box den SSH-Support noch aktivieren. Der ist standardmäßig nicht an, aber das geht ganz einfach im Hetzner-Robot. Findet ihr dort den Haken, den einfach einmal setzen. Nun, der Rest ist relativ selbsterklärend. Ihr gebt hier eure Serveradresse eurer Storage-Box an. Ihr gebt den Port eurer Storage-Box an. Dann könnt ihr hier, wenn ihr möchtet, noch einen Unterordner erstellen oder angeben, in dem dann die Backup-Dateien landen. Ich nenne das Ganze hier entsprechend auch Builder Backup. Und dann müsst ihr hier natürlich noch eure Storage-Box an Meldedaten eintragen, die ihr von Hetzner bekommen habt. Dann klicken wir mal auf Verbindung prüfen. Wir sehen jetzt hier den Schlüssel. Sagen, den möchten wir akzeptieren. Jetzt sagt er hier auch schon, den Ordner Builder Backup, den gibt es noch nicht auf der Storage-Box. Soll der erstellt werden? Ja, das wollen wir. Und dann testet er jetzt hier nochmal die Verbindung und sagt, Verbindung erfolgreich. Also, das funktioniert. Die Backups können da sicher hingeschrieben werden. Klicken wir auf Weiter. Jetzt geht es um die Quelldaten. Also das, was wir jetzt von unserem NAS sichern möchten. Dafür gehen wir jetzt hier einmal auf Computer. Dann suchen wir uns hier den Ordner Source einmal raus. Da haben wir ja gesagt, in dem Docker-Compose-File, dass wir dort das hinmappen möchten. Und hier seht ihr jetzt, weil ich ja nicht nur einen Ordner angegeben habe, sondern meine ganze Disk in diesem Fall alle freigaben. Und ich möchte jetzt hieraus eben, wie gesagt, nur die Bilder sichern. Ihr könnt euch aber hier natürlich auch die Dateistruktur noch detaillierter anzeigen lassen und auch entsprechend auswählen. Ich sage jetzt hier also, ich möchte die Bilder sichern. Könnte hier auch noch zum Beispiel Parameter angeben, wenn einzelne Dateien hierin ausgeschlossen werden sollen. Aber bei mir wäre es jetzt hier der ganze Ordner, die ganze Freigabe. Ich klicke hier auf Weiter. Jetzt können wir hier noch einen Zeitplan vergeben. Ich kann also sagen, wann gesichert werden soll, wann das erste Mal und an welchen Tagen. Ich sage jetzt hier zum Beispiel, mein Zeitplan soll sein, dass es immer um 22 Uhr passieren wird und kann gerne ab morgen sozusagen hier losgehen in meinem Fall. Wie oft soll das wiederholt werden? Ich sage, das soll jeden Tag gemacht werden. Ihr könnt aber zum Beispiel auch sagen, Mensch, so viel Daten-Traffic habt ihr nicht, das reicht euch einmal in der Woche. Geht natürlich genauso. Dann klicken wir hier als nächstes auf Weiter. Und jetzt hier noch ein wichtiger Parameter quasi. Wie groß soll diese Remote-Volume-Größe sein? Also die Einzeldateien hier, die dann in der Archivierung vorhanden sind. Wenn ihr größere Instanzen habt, so ab 500 GB, empfehle ich hier immer größere Blöcke zu nehmen. 2, 3 GB, 5 GB. Bei kleineren könnt ihr auch kleinere Blöcke wählen. Ich habe jetzt hier aktuell in der Freigabe nur wenige MB drin. Das heißt, mir reichen hier die 50 MB-Blocks. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, hier 30, 40 GB habt, setzt das entsprechend hoch. Ihr könnt das hier entsprechend auswählen. Weitere wichtige Punkt, Sicherungsaufbewahrung. Und zwar, wie möchtet ihr, dass die Sicherungen gelöscht werden? Wenn ihr hier nicht setzt, werden so lange Backups geschrieben, bis die Stoichbox voll ist. Nicht unbedingt optimal. Ihr könnt einfach sagen, Sicherungen löschen, die älter sind als, also älter als 2 Wochen, 3 Wochen, eine bestimmte Anzahl, eine intelligente Sicherungsaufbewahrung oder hier noch was Benutzerdefiniertes. Ich mache das ganz einfach. Und zwar, ich möchte hier einfach 14 Backups behalten. Wenn ihr das so festsetzt und hier nicht eine intelligente Versionierung wählt, dann müsst ihr euch natürlich davor ausrechnen, dass euch diese Versionsanzahl auch ausreicht, was den Speicherplatz angeht. Gut, dann haben wir hier aber eigentlich auch schon alles. Klicken hier einfach auf Speichern. Und jetzt können wir einfach warten, bis automatisch die nächste Sicherung beginnt. Oder wir sagen einfach, das soll jetzt passieren. Natürlich, wenn ihr große Datenmengen habt, wird diese erste Sicherung sehr, sehr lange dauern. Hängt auch von eurer Upload-Leitung ab. Würde mich aber nicht wundern, wenn ihr hier mehrere 100 GB habt, wenn das mal ein oder zwei Tage im Hintergrund läuft. Bei kleineren Instanzen geht das natürlich schneller. Und vor allen Dingen, da ja ab dann inkrementell gesichert wird, sollte es immer recht schnell gehen. Wenn ihr dann zum Beispiel innerhalb eines Tages nur 100 MB neue Daten auf eurer NAS hinzufügt, ist das relativ schnell hochgeladen. Gut, ich klicke jetzt hier also auf Jetzt sichern, um einfach zu überprüfen, dass alles passt. Die Sicherung wird natürlich jetzt hier gestartet und es wird jetzt eben angefangen, die Daten hier hochzuladen. Bei mir sind es jetzt hier nicht so viele. Das heißt, das geht relativ schnell durch. Ihr seht, bei mir wird jetzt sogar schon direkt das Backup wieder beendet. Bei euch, wie gesagt, kann es auch länger dauern. So, das Backup ist bei mir jetzt hier durchgelaufen. Ihr seht dann auch immer, wie lange das Ganze gedauert hat. Natürlich ist hier auch immer die Zeit mit eingerechnet, wo das Backup überprüft wird. Also Duplikati überprüft seine Backups hier selbst auf Vollständigkeit. Schauen wir uns auch mal an, wie das Ganze dann auf der Deutschbox aussieht. Und zwar so. Ich habe jetzt hier gerade bei mir einen SFTP-Client geöffnet. Und wie ihr seht, das Ganze sind im Endeffekt hier komprimierte und verschlüsselte Dateien. Also hier könnt ihr wirklich gar nichts damit anfangen. Aber nur damit ihr euch nicht wundert, wenn das bei euch ähnlich aussieht. Das beste Backup bringt einem natürlich nichts, wenn man es nicht auch testet im Restore. Oder zumindest weiß, wie der Restore funktioniert. Um euch das Vorgehen jetzt hier zu zeigen, simuliere ich mal einen Datenverlust. Also ich bin jetzt hier auf meinem Open Media Vault Nass in diesem Bilderverzeichnis, das ich jetzt hier eben gebackupt habe. Und ich lösche jetzt hier einfach mal versehentlich alle Bilder zum Thema Wald. Einfach unwiderruflich hier gelöscht und weg ist es. Und jetzt wollen wir das aus unserem Backup wiederherstellen. Dazu gehen wir hier ganz einfach in den Punkt Wiederherstellen rein. Wählen dann hier unsere Sicherung aus. Das hier oben ist eher dafür gedacht, wenn ihr eine Sicherungsdatei habt, beziehungsweise zum Beispiel Duplikati frisch auf eurem System installiert habt und jetzt daraus Dateien wiederherstellen müsst. Wenn das Ganze hier aber schon angelegt ist, der Backup-Job, könnt ihr einfach den direkt auswählen. In unserem Fall hier Bilder Backup. Wir klicken hier auf Weiter. Und jetzt können wir hier auch schon direkt in dem Dialog auswählen. Zum einen von wann, wenn ihr mehrere Sicherungen habt, welche Version möchtet ihr nehmen. Also zum Beispiel ideal, wenn euch das Ganze jetzt nicht sofort auffällt, sondern das beispielsweise erst nach einigen Tagen. Dann ist es natürlich perfekt, wenn ihr hier einige Versionen auch im Rückhalt habt. Und jetzt könnt ihr dann natürlich hier die ganzen Dateien einzeln auswählen. Also ich könnte jetzt hier einfach nur Wald auswählen oder auch einfach den ganzen Ordner wählen. Dann wird der komplett überschrieben. Gerade beim Überschreiben müsst ihr natürlich aufpassen. Hier habt ihr gegebenenfalls dann einen Delta-Verlust, wenn ihr das auch eher hier aus sehr frühen Versionen dann wiederherstellt. Also in meinem Fall sage ich jetzt einfach hier, ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass mir nur die Dateien zum Thema Wald fehlen. Und dann kann ich hier auch schon fortfahren. Und ich habe jetzt mehrere Wiederherstellungsoptionen. Die einfachste ist natürlich hier, wir sagen direkt wieder zum ursprünglichen Speicherort. Das heißt, die werden genau wieder in diesem Ordner abgelegt, ohne dass ich was tun muss. Wenn ihr euch jetzt aber nicht sicher seid, wegen Überschreibungen, dass es nicht zu einem weiteren Datenverlust kommt, und ihr das einfach extern wo braucht, dann wählt einfach einen anderen Speicherort auf eurem Server aus. Hier könnt ihr dann den entsprechenden Pfad angeben. Der sollte aber natürlich dann auch gemappt sein über Docker in der Docker-Compose-Datei. Genau, ich sage jetzt hier ursprünglicher Speicherort und wenn ihr das wählt, dann macht diese untere Option hier Sinn. Nämlich, wie sollen die bestehenden Dateien behandelt werden, also überschreiben. Oder hier eben dann, wenn es mehrere Versionen gibt, hier einen Zeitstempel noch zum Dateinamen hinzufügen, sodass ihr nie etwas überschreibt. Mir passt jetzt hier überschreiben, ist alles gut. Und ihr könnt auch noch Berechtigungen hier wieder mit herstellen. Das passt für mich jetzt auch alles so, wie es ist. Dann können wir hier auf Wiederherstellen klicken. Dann wird jetzt dieser Prozess gestartet. Auch hier kann das natürlich wieder, je nach Datenmenge, unterschiedlich lang dauern. Ihr seht hier oben ja den Progress quasi. Je nachdem, wie gesagt, wie viele Daten ihr habt, geht das langsam oder schnell. Jetzt wappen wir einfach mal ab, bis das Ganze hier bei mir abgeschlossen ist. So, jetzt steht hier auch schon Dateien und Obnau erfolgreich wiederhergestalt. Ihr könnt natürlich gerne auch, wenn euch Duplikat hier weiterhilft, auch den Organisatoren hier eine Spende zukommen lassen. Das seht ihr hier verlinkt. Ich klicke jetzt hier auf OK und schaue mal an, wie jetzt die Daten bei mir wieder da sind. Und wie ihr sehen könnt, wir haben nun hier wieder alle unsere Bilder zum Thema Wald wiederherstellen können. Das Ganze funktioniert also problemlos, sowohl das Backup als auch der Restore. Ihr könnt übrigens natürlich auch hier sehr gerne je Verzeichnis, je Freigabe, die ihr habt, hier unterschiedliche Backup-Aufgaben erzeugen. Also ein Backup für Bilder, eins für Dokumente und so weiter, wie ihr eben eure Freigaben aufgeteilt habt. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn ihr unterschiedliche Zeitpläne zum Beispiel je Freigabe benötigt. Ich hoffe, die Einrichtung von dem Offside-Backup hat auch bei euch funktioniert und ich hoffe, auch euer erstes Backup ist erfolgreich durchgelaufen. Wenn dem so ist, könnt ihr jetzt ein bisschen beruhigter schlafen, denn ihr habt euch jetzt, was eure digitalen Daten angeht, noch ein bisschen besser abgesichert. Falls ihr Probleme hattet bei der Einrichtung oder allgemeine Fragen habt zum Thema Open-Source-Software, dann schreibt doch gerne eine E-Mail hier an service-at-up-for-cast.com und wir helfen euch sehr gerne weiter. Hier in der Endcard haben wir noch weitere Videos zum Thema Open-Source-Software verlinkt und zum Schluss sage ich natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.